Musik Ja hallo, wir sind der Franz und der Richard und wir betreuen die Fußball-Wildkätzchen und Fußball-Mäuse in der Reichshaffelgasse im 15. Wiener Gemeindebezirk. Das ist eine Ganztagsvollzschule und wir wollen, dass die Mädchen ganz viel Spaß haben beim Fußballspielen. Aber natürlich auch was Neues lernen oder sich von Woche zu Woche verbessern. Und nachdem wir sehr begeisterte Mädchen haben, machen wir auch viele Dinge zusätzlich. Zum Beispiel den Besuch bei der Rapid-Klasse oder auch Turniere an den Wochenenden oder schulfreien Tagen gegen Bubenmannschaften. Und auch da gelingt es den Mädchen oft, sich ganz toll zu präsentieren. Der Spaß steht immer im Vordergrund. Musik Haben wir Spaß? Werden wir immer besser, zum Spiel zu spielen? Dann passt es. Schalding, Schalding, Schalding! Oh! Der Triff von oben, hervorragend! Schalding, 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 Schalding! Schalding, 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 Sch Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020